Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu den fantastischen Angeboten von Aldi Nord vom 24. bis 29. Juni. Diese Woche erwarten Sie großartige Rabatte. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Diese Woche gibt es bei Aldi Nord großartige Rabatte auf frisches Obst und Gemüse. Die leckersten und frischesten Produkte des Sommers sind zu den besten Preisen erhältlich. Von Gurken und Tomaten über Äpfel und Bananen. Viele gesunde Optionen warten auf Sie. Auch Topfpflanzen sind im Angebot. Kaufen Sie gesund und frisch ein bei Aldi Nord. Für Fleischliebhaber gibt es diese Woche bei Aldi Nord tolle Rabatte. Frisches rotes und weißes Fleisch sowie Wurstwaren sind zu attraktiven Preisen erhältlich. Nutzen Sie diese tollen Rabatte. Diese Woche gibt es bei Aldi Nord großartige Rabatte auf Snacks, Getränke, Milchprodukte und französische Produkte. Leckere Chips, Cracker und Nüsse sind im Angebot. Erfrischende Getränke von Softdrinks über Säfte bis hin zu Energydrinks sind stark reduziert. Auch bei frischen Milchprodukten gibt es tolle Angebote. Käse, Joghurt und vieles mehr sind zu günstigen Preisen erhältlich. Besonders bei französischen Produkten gibt es große Rabatte auf Weine, Käse und Wurstwaren. Nutzen Sie diese tollen Rabatte bei Aldi Nord und machen Sie Ihren Einkauf wirtschaftlicher und angenehmer. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte zu verändern. Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Diese Woche gibt es bei Aldi Nord großartige Rabatte auf Produkte für Haus und Garten. Dekorationsartikel, Gartenspiele und praktische Gartenmöbel sind stark reduziert. Stilvolle und funktionale Möbel, Dekorationsartikel und Heimtextilien sind zu attraktiven Preisen erhältlich. Auch für Kinder gibt es tolle Angebote für Gartenspiele. Verschönern Sie Ihr Zuhause und Ihren Garten mit den tollen Angeboten bei Aldi Nord. Diese Woche gibt es bei Aldi Nord tolle Rabatte auf Schreibwarenprodukte. Bunte und lustige Taschen, ergonomische Schreibtische, Büromaterialien und vieles mehr sind im Angebot. Alles, was Sie für die Rückkehr in die Schule brauchen, finden Sie hier. Stifte, Hefte, Malkästen und andere Schreibwarenprodukte machen den Arbeitsplatz Ihrer Kinder produktiver und unterhaltsamer. Auch für Ihr Büro gibt es viele reduzierte Materialien und Ausstattungen. Machen Sie Ihren Einkauf bei Aldi Nord wirtschaftlicher und angenehmer. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Online-Shopping war noch nie so einfach und vorteilhaft. Im Online-Shop von Aldi Süd können Sie bequem von zu Hause aus eine breite Produktpalette durchsuchen. Von Küchengeräten über elektronische Geräte bis hin zu Gartenmöbeln und Dekorationsartikeln finden Sie hier alles, was Sie brauchen. Mit wöchentlichen Sonderangeboten und Rabatten können Sie einkaufen, ohne Ihr Budget zu sprengen. Dank der Filteroptionen nach Kategorien finden Sie schnell und einfach das gewünschte Produkt und können es Ihrem Warenkorb hinzufügen. Nutzen Sie den Lieferservice direkt zu Ihrer Haustür und sparen Sie Zeit. Kaufen Sie im Aldi Süd-Online-Shop ein und profitieren Sie von attraktiven Preisen und hochwertigen Produkten. Besuchen Sie noch heute aldi-su-ed-kund.de und nutzen Sie die Sonderangebote dieser Woche. Ab dem 27. Juni beginnen Sie die Sonderangebote. Nutzen die Wochenendangebote bei Aldi Nord. Viele tolle Rabatte auf verschiedene Produktkategorien erwarten Sie. Von Fleisch- und Milchprodukten über frisches Obst und Gemüse bis hin zu Snacks und Reinigungsprodukten. Eine breite Palette an Angeboten ist verfügbar. Machen Sie Ihr Wochenende angenehmer und günstiger mit diesen tollen Rabatten. Besonders im Sommer gibt es große Rabatte auf Erfrischungsgetränke und leichte Snacks. Nutzen Sie die Wochenendangebote bei Aldi Nord und machen Sie Ihren Einkauf günstiger und angenehmer. Wenn Sie die Wochenendangebote bei Aldi Nord und machen Sie die Wochenendangebote bei Aldi Nord und machen Sie die Wochenendangebote. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Vielen Dank für's Zuschauen.